Musik Pack die Badehose ein, nimm eine kleine Schwesterlein und dann nichts wie raus zu Mozart. Aber das heißt doch eigentlich am Wannsee. Ja, das sind ja auch die Seefestspiele Berlin am Wannsee mit der Zauberflöte. Und wann findet das statt? Vom 11. bis zum 28. August. Willst du mein Papageno sein? Hm, nochmal.